Sie glauben also, dass wir unbescholtene Bürger einfach so einsperren, aus einer Laune heraus? Ich kann Ihnen gar nicht rumgegeben. Die Gegner unseres Staates sind arrogant. Meine Stücke sind nicht so gut, als dass ein Schwalber sie inszenieren könnte. Du bist so ein jämmerlicher Idealist, dass du schon fast ein Bonte bist. Weißt du noch unseren Eid? Damals? Ich bin beim schlimmsten Feind nicht geraten, um mich zu enttäuschen. Du willst nicht so enden wie Jaskar? Jetzt habe ich nur noch Angst, ohne dich zu sein. Es soll ein literarischer Text bleiben. Keine journalistische Hetzschrift. Gibt es irgendetwas, wodurch ich mich noch retten kann? Er hat das Licht im Arbeitszimmer angeschaltet. Er ist tot, er hat sich gestern am Ende hängt. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Vielen Dank.